Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Bernhard Kutzler. Auf diesem Kanal biete ich dir Anleitungen und bewährte Übungen dafür, wie du deinen Verstand befreien kannst. Heute gehen wir der folgenden Frage nach. Wer bist du? Ich beginne mit einer Geschichte. Eines Tages legt ein Adler ein Ei in einen Hühnerstall. Der junge Adler schlüpft und lernt von den anderen Vögeln, wie ein Huhn zu leben. Sein Leben ist in Ordnung, bis auf eine Sehnsucht, die ihn suchen lässt. Doch nichts, was er findet, befriedigt diese Sehnsucht wirklich. Würde es nützen, wenn ihm jemand sagt, dass er ein Adler ist und kein Huhn? Nein, das würde nichts nützen, denn er könnte es nicht glauben. Er hat ja vom ersten Tag seines Lebens angelernt, dass er ein Huhn ist. Er trägt ein Huhnprogramm in sich, das ihm genau sagt, wie er sich in welcher Situation zu verhalten hat. Er fühlt sich sicher, ein Huhn zu sein. Wenn halt das mit der Sehnsucht nicht wäre. Würde es nützen, wenn er ein Adlerseminar besucht, damit er lernt, wie ein Adler zu handeln? Das würde genauso wenig nützen. Ein Adlerseminar würde ein Adlerprogramm erzeugen, das wäre dem Hühnerprogramm übergestülpt. Er wäre dann ein Adler, der glaubt, ein Huhn zu sein, das gelernt hat, zumindest zeitweise, wie ein Adler zu handeln. Und das ist ja noch viel verrückter, als einfach als Huhn weiterzuleben. Die einzige Möglichkeit für den Adler, dass er seine wahre Natur lebt, ist, dass er aufhört, sich wie ein Hund zu verhalten. Dazu müsste er sich von seinem Huhnprogramm befreien. Warum hat die Adlermutter das Ei in den Hühnerstall gelegt? Weil auch sie im Hühnerstall lebt und glaubt, ein Huhn zu sein. Und tatsächlich sind alle Vögel im Hühnerstall Adler, die glauben, Hühner zu sein. Und das ist seit zehntausenden von Jahren so. Abgesehen davon, dass diese Geschichte eine offensichtliche Metapher ist, geht es in dieser Geschichte nicht um eine Wertung zwischen Adlern und Hühnern. Denn Adler sind nicht besser als Hühner, sie sind anders. In dieser Geschichte geht es darum, im falschen Leben zu landen, weil man unter denjenigen aufwächst, die auf dieselbe Art auch im falschen Leben gelandet sind. Und es geht darum, wie man sein wahres Leben, also seine wahre Natur, finden kann. Ich nenne diese Geschichte die andere Geschichte vom Adler im Hühnerstall, weil sie verschieden ist von der, die du vielleicht schon kennst. In einer üblichen Version dieser Geschichte genügt es, wenn jemand dem Adler sagt, dass er ein Adler ist. Doch das ist eine Illusion. Wenn der Adler ein ganzes Leben lang als Huhn lebt, dann weiß er, dass er ein Huhn ist. Wie soll die Information, die ihm jemand gibt, stärker sein können, als seine eigene lebenslange Erfahrung? Wie würde es dir gehen, wenn dir jemand sagte, dass du etwas ganz anderes bist, als das, was du heute lebst? Würdest du aufgrund dieser Information dein altes Leben aufgeben und ein neues beginnen? Vielleicht müsstest du Familienfreunde verlassen, vielleicht den Beruf aufgeben, vielleicht ganz woanders leben. Hättest du das Vertrauen und den Mut, das zu machen? In einer anderen Version der Geschichte vom Adler im Hühnerstall führt jemand den Adler auf einen Berggipfel, stößt ihn vom Gipfel hinunter, damit er während der Adler nach unten fällt, sich des Fliegens erinnert. Doch auch das ist eine Illusion. Weil sich ein Lebewesen nicht an sein Potenzial erinnert, es entwickelt sein Potenzial. Und dafür braucht es eine Umgebung, die sein Potenzial fordert und dadurch dessen Entwicklung fördert. Nehmen wir das Beispiel einen Geparden. Ein in freier Wildbahn geborener Gepard entwickelt sein Potenzial als Jäger. Das macht ihn zum schnellsten Säugetier auf diesem Planeten. Bis er so viel geübt hat, dass er selbst Beute machen kann, ist er auf die Fütterung durch die Mutter angewiesen. Ein in Gefangenschaft geborener Gepard lernt, dass das Futter vom Tierwärter kommt. Er braucht nicht schnell genug laufen, um zu überleben. Und weil er es nicht braucht, entwickelt er dieses Potenzial nicht. Er könnte in freier Wildbahn nicht überleben. Auch wenn er noch so hungrig wäre, er könnte nicht plötzlich schnell genug laufen und ein Beutetier töten. Uns Menschen geht es wie dem Adler im Hühnerstall. Wir übernehmen beim Aufwachsen die Lebensweise unserer Eltern. Wir tragen ein menschliches Huhnprogramm in uns, das uns sagt, wie wir zu leben haben. Dadurch führen wir ein limitiertes Leben und entwickeln nur einen Bruchteil unseres Potenzials. Halte das Video an, denk dir diese Geschichte durch und erkenne dich selbst darin. Zurück zur ursprünglichen Frage. Wer bist du? Du bist nicht das, was du zu sein gelernt hast. Du bist nicht das menschliche Huhnprogramm. Elders Huxley hat in seinem Roman Eiland es so formuliert. Wenn ich wüsste, wer ich bin, würde ich aufhören, mich zu verhalten als das, was ich zu sein glaube. Und wenn ich aufhörte, mich als das zu verhalten, was ich zu sein glaube, wüsste ich, wer ich bin. Wenn du also wissen möchtest, wer du bist, musst du aufhören, dich zu verhalten als das, was du zu sein glaubst. Und es sind genau deine Programme, die dir sagen, was du bist, wer du bist und wie du dich zu verhalten hast. Das heißt, du musst aufhören, deine Programme auszuführen. Und weil deine Programme ein Gefängnis für deinen Verstand sind, musst du ganz einfach deinen Verstand befreien. Und genau darum geht es auf diesem Kanal. Die Videos bieten dir neue Perspektiven und bewährte Übungen genau dafür an. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal, um künftige Videos nicht zu versäumen. Und teile das Video mit anderen. Es sollen möglichst viele Menschen von ihren Programmen frei werden. Das heißt, aufwachen zu ihrer wahren Natur. Wie schön wäre es, in einer Welt zu leben, in der alle Menschen oder zumindest die meisten ihre wahre Natur und ihr volles Potenzial leben. Mehr zu diesem Thema und viele Übungen findest du in meinem Buch Freisein raus aus der Box. Informationen zu diesem Buch sind auf meiner Webseite. Die Adresse ist www.bernhardkutzler.com Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's für heute.